Und hiermit, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Café Mix. Auf geht's, in Stufe 56. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ein neues Gericht. Dann wird es für's wahrscheinlich auch neue Herausforderungen geben. Verbindet dreimal Pokémon-Accounts neben den Käse oder trifft ihn direkt mit einem Talent, um ihn zu entfernen. Achtmal Tomaten. Oh, guck mal, jetzt haben wir sogar Starlady hier. So, dann hier einmal Pikachu aufsammeln. Wunderbar, und dann noch einmal. Das ist nun wohl, und schon haben wir alles dafür geschafft. Naja, halbwegs. Na komm schon. So, jetzt haben wir es geschafft. Oh, das sieht so lecker aus. Nachbacken möchten. Und da könnt ihr schon Starlady zu besuchen. Neukunde. Ich möchte ja alles nachbacken. 25.000 Punkte. Oh Gott. Komm schon. Entfernen. So. Wunderbar. Wunderbar. Oh, guck mal, das ist doch jetzt schon... Okay, uns fehlen jetzt noch ganz schön viele Punkte, sehe ich gerade. So. Okay, das ist jetzt blöd. Was ist jetzt blöd, Ju? Ah, komm. Wir haben genug Geld. Da können wir auch mal wieder was rausgeben. Ein klebwegs. Heute haben wir in dem neuen Update ja Eichern bekommen, aber irgendwie habe ich den nicht bekommen. Ich hätte nämlich ein Fuhrhaus aufgenommen und... Laut dieser Nachricht würde man... Bei 40 Bestellungen 1500 Eichern bekommen. Die habe ich aber nie bekommen. Achso, es wird noch bekannt gegeben. Vielleicht würde man auch alles lesen. Okay, Stufe 58. Nehmen wir mal Picochila. Ehrengast. Der Hauptsache ist mal wieder zu Besuch. Oh, nicht. Oh, nicht. Oh Gott. Das kann ja was werden. So. Ui, 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 ui. So. Dann ist das hier schon mal weg. Wunderbar. Nie nur noch drei Züge. Das ist doch... gemein. Wie soll man das denn schaffen? Jetzt geht es los hier. Was ist noch? Was geht hier los? Und dann machen wir das mal. Hier. Okay. Wunderbar. Ah, okay. Und dann... Haben wir es jetzt auch geschafft. Okay, ich kann auch noch ein bisschen dimmeln mit meinen Fähigkeiten. Und jetzt brauchen wir nur noch die Punkte. Das kriegen wir so hin. Das kriegen wir ja so hin. Wunderbar. Neukunde oder auch nicht. Chance auf mehr Zutrautigkeit. Nice. Okay. Wunderbar, wenn wir das mal erst einen Versuch schaffen. Nimm mal direkt mal Togapi. Nimm mal direkt mal Togapi. Nimm mal direkt mal Togapi. Ich glaube, es geht los hier. Wunderbar. Lass uns schon mal gut los zu gehen hier. Nimm mal Togapi. Okay. Okay. dann machen wir mal den hier, ok, das gab schon ganz schön viele Punkte, so, dann machen wir mal den hier, ok, das haben wir jetzt auch schon geschafft, ok, und dann, gucken wir mal, dass Kirio die restlichen Punkten für uns bereithält, nein, ach, komm, wozu haben wir die Punkte, die Asche haben besser gesagt, und solange wir nicht auf null sind, können wir das ja immer wieder verwenden, ok, und jetzt können wir ja eh wieder Geschenke, das könnte ich natürlich auch mal verwenden, ok, wir haben hier wieder was geschafft, aber bei den Events, ok, guck mal, da kriegen wir auch wieder 600 Eichel, so, ich glaube hier ist das so, so, was kann man das denn schaffen, ok, was habe ich da irgendwie hoch, ich muss sie tun machen, irgendwie da, dann bringen, Wunderbar, ok, und dann können wir ja das hier machen, und dann brauchen wir jetzt Nono, das hier, und dann haben wir es geschafft, ok, easy going, easy going, bisschen Konzentration kann man das ja schaffen, Unser Angebot ist bei den Gästen wieder mal sehr beliebt, ich habe die Ausstattung des Cafés ergänzt, um das Menü zu erweitern, Wassersputler erhalten, dank der zusätzlichen Ausstattung können wir unser Angebot nun erweitern, Lass dem Pokémon mit Spude ein wenig Erfrischung zukommen, Ok, aber dann sage ich jetzt mal an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen, und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Café Mix, bis dahin, Tüdelü! Musik Musik Musik